Aber wir haben etwas interessantes, anderes vorbereitet, nämlich das berühmte und beliebte Na, mal schauen, ob die Sabine Heimig und der Berner Kuecker auch wirklich Ahnung von Musik haben und berühmte Lieder sortieren können spielen. So, so, schaut mal her. Also, es geht um folgendes. Diese kleinen, süßen Kakerlack-Kinder haben für euch berühmte und beliebte Lieder auswendig gelernt. Obwohl diese kleinen Kakerlacken ja so kleine Gehirne haben, hat sich jeder immer nur ein Stückchen von dem Lied gemerkt. Und ihr müsst jetzt bitte die richtige Reihenfolge herausfinden. Das geht ganz einfach. Man haut einfach oben drauf und dann ertönt wunderbare Musik. Ich kann da eigentlich draufhauen. Oh, das kannst du. Die halten sogar in der Turmkrieg aus. Ja, eben. Dann werden sie auch einen Hohecker und eine Heinrich aushalten. Nein, die haben die Minuten keine Probleme. Wir spielen immer abwechselnd. Und wer einen Fehler macht, der setzt aus. Also, beziehungsweise, dann ist der Nächste an der Reihe. So lange, bis der Erste die komplette Liedzeile ertastet hat. Sabine, du darfst anfangen, weil du bist ja eine Frau. Man ist so höflich. Ja, ja, aber wo ist hier der Gleichstellungsbeauftragte? Dann fängt Werner dran. Fang an. Hasai. Was? Nochmal. Hasai. Hawaii. So, jetzt Sabine. Noch niemals. Jetzt ist wieder Bernhard dran. Auf. New York. Okay, ich weiß nicht. Na, was ist das wohlführende? Ich habe eine Idee. Ja, dann ist jetzt Bernhard. Ding. Ist das hier? Ist das? Auf. So. Ich war. Auf. So, jetzt. Was? Bernhard. Ich war. Noch niemals. Aus. Nein. Nein, falsch. Ihr sollt doch gegeneinander doch nicht miteinander rechnen. Nein. 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 Berner, halt, halt, halt. Jetzt ist doch der Bernhard dran. Ach so. Immer abwechselnd. Ich war noch niemals. Nein, New York. Einer von den dreien. Aus. Es war dabei. Hey. Es war dabei. Das geht mit dem. Also, ich war noch niemals in New York. Einer sagt in. Hier sollt ich sagen. Ach. Pass auf. In. In. Er ist es. Ich merke ihn mir. Ich merke ihn mir. So, jetzt. Okay. Ganz ruhig bleiben. Wer löst jetzt? Sabine. Zusammen. Zusammen. Zusammen? Aber wer soll der dann gewinnen? Ja, du. Ach, ich. Ich. Hast du. Okay. Und los geht's. Ich war noch niemals in. Ja. Das ist New York. Hau auf New York. Ist doch recht. Ich war noch nie in New York. Ich war noch niemals. Ich war in New York. Ja. Und noch mal. Zweite Zeile. Ich war noch niemals auf. Achtung. Moment. Warte. Tu mich weg. Warte. Ein, zwei, drei. Spaß. Hast du ihn? Ja. Ja. Sehr gut. Super. Sehr gut. Habt ihr fein gemacht. Super. Das ist ja klasse. So. Eine zweite Runde. Können wir noch eine? Super. Super. Können wir noch eine zweite Runde spielen? Ja. Sehr gerne. Sehr gerne spielen. Eine zweite Runde. Und jetzt geht's los. Jetzt darf Sabine anfangen. Okay. Immer versinkt. Das ist Titanic. Das sind die Flippers. Die Rote. Ja. Ich hab gesagt die Flippers. Was? Oh ja. Sabine war ja versinkt. Die Flippers. Die Flippers? Ja klar. Was hast du für eine Vergangenheit? Ich frag mich vor allen Dingen, was sie für eine Zukunft hat. Ja. So jetzt das Lied und los geht's. Wo fangen wir an? Da war WENN. Mach schon. WENN. CABRRI. Ah, warte mal. WENN. Da ist es. Nochmal. WENN. BAI. CABRRI. CABRRI. Wer bist du nochmal? Wer bist du? Jetzt hau doch drauf. WENN. 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 BAI. Was? Die Rote. Also, wir merken uns jetzt mal hier, WENN. WENN. Drück doch einmal drauf. WENN. Das ist BAI. BAI. SONNE. Ah, verdammt. Das ist BAI. SONNE. Mit mehr Versicht. Jetzt noch was. Jetzt noch was. SONNE. Nein. CABRRI da hinten. Im mehr Versicht. Wo ist der Klappe? Das heißt Cabri? Das wird nichts mehr, glaube ich. WENN. Das ist Cabri. Das ist Cabri. Das war die rote. Ah, die rote Sonne. Wo ist Cabri? Das ist Cabri. Nein. Warte doch. Warte doch. Warte doch. WENN. BAI. CAPRI. CAPRI. SONNE. Nein. Wo ist denn I? Nein, nein, nein. Das ist... Das habe ich jetzt... Ich finde es jetzt irgendwie selber ganz lustig. Im Klappe. Jetzt mach doch mal. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist gerade schon klar. Es ist nur eine Zeile. Wir haben 28 Spielrunden vorbereitet. Wir werden gerade intellektuell von 6 Kakerlakenbabys getopft. Ja. So. Jetzt. Ich knaue mal auf. Los! Ja! Sonny! Jetzt! Die rote Sonny! Sonny! Ja! 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 Super! Ich bin noch frei! Ich brauche nur eine kurze Pause und wir gucken so langweilig...